Herzlich willkommen in der sechsten Einheit des Online-Kurses Gratis-Online-Lernen. In dieser Einheit dreht es sich um Lernangebote, die Sie mögen. Es wäre natürlich toll, wenn wir wissen würden, was Sie besonders interessiert und Ihnen hier tolle Tipps nennen können. Da das aber nicht klappt, möchten wir Ihnen ein paar Angebote vorstellen, die uns gefallen. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei. Das sind einige der Angebote, die uns gefallen und wir stellen sie hier einmal kurz vor. Vielleicht bauen Sie gerne Häuser, also ganz klitzekleine und Mini-Eisenbahnen finden Sie auch ganz toll. Das Wiki rund um den Modellbau finden Sie dann vielleicht auch ganz fein. Vielleicht interessiert Sie auch der Gartenbau. Sie wohnen aber in der Stadt? Wie man zum Beispiel Rankhilfen für die Stadt baut, werden in den Videos von Urban Intervention gezeigt. Oder sind Sie eher Koch-Fan? Natürlich ist auch eine Rezeptesammlung eine feine Möglichkeit, etwas zu lernen. Wir mögen das Koch-Wiki. Auch Schüler und Eltern können natürlich dahin schauen, wo Lehrer und Lehrerinnen sich austauschen und gemeinsam produzieren. Das Wiki von ZUM, der Zentrale für Unterrichtsmedien. Wenn Sie im Bildungsbereich aktiv sind, sind natürlich auch die Bildungsserver für Sie attraktiv. Zum Beispiel der Bildungsserver Berlin in Brandenburg. Soweit einige unserer Hinweise. Und ja, wir hätten noch mehr. In dieser Einheit soll es aber darum gehen, welche Angebote Sie spannend und reizvoll finden. Nachdem Heinen. So, wer man angeht. Bis zum nächsten Mal.